Nichts, aber vieles nicht kann. Aber der ist noch glücklich rausgekommen. Hier kannst du ganz... Da steht er. Da steht er. Kannst du ein bisschen mehr Ventilation machen? Etwas mehr Ventilation. Ein bisschen mehr Luft. Du hast ein anderes Fahrwerk und alles. Ja. Alles ist super gut. Das ist sehr stabil. Sehr. Und nicht zu hart. Oder? Nö. Du brauchst ja für die Nautschleife ein bisschen weiche Rausdruckfahrwerke. Du musst einen Fehlerweg haben. Und vor allem das Ausfedern muss vernünftig funktionieren. Also nicht zu hart zu zustufen. Du bist nicht schlecht unterwegs. Du brauchst ja. Da gefährt super. Du bist gut. 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 Ich weiß es nicht, aber vieles nicht kann. Stimmt, vielleicht wartet er auch gar nicht wieder der Leitplan. Nein, ich glaube nichts. Oh, immer noch. Ja, vielleicht war irgendetwas Öl oder was, aber ich... Ja, da ist es schlimmer, aber der ist noch glücklich rausgekommen. Hier kannst du ganz große Unfalle bauen. Ja. Ich stehe, das war zu schauen. Schöner Freitag. Ähm, heute wirklich perfekte Bedingungen zu fahren, ne? Komplett trocken, nicht zu warm. Sonne draußen. Super. Ganz wenig Autos auf der Strecke. Ja. 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 Filmestallen, wirklich. Ich finde es wirklich stark. Der Bereich von Brünschen bis Glanzgarten ist immer schön. Aber es gibt so viele Ställe. Hochheichen, Roland. Hochheichen ist cool, ne? Karussell, Winterpalm, Eschbahn, alles gut. Farbenschwarz, Mini-Karussell, Galgenkopf, alles gut. Hochheichen. Ich mache meinen Abend von dem Fotograf. Ah, das wird jetzt nicht klappen, glaube ich. Da steht er. Der BMW hat ihn doch bereits mal überholt. Genau. Jetzt. Vielen Dank. Die Power Curve ist relativ constant, da hat jemand gekupselt, oder? Ja! Oh! Einfach fast bei für die Sekunde. Ja, das ist scheiße. Er war so hart eingeschlagen und in der Luft hat er sich gedreht und so. Boah! Alle Airbags!